Das Flächenland Brandenburg bietet nicht nur tolle Natur, sondern viele tolle Ortsteile und Gemeinden. Wir wollen sie entdecken mit Hinterland die Reportage. Doch wo geht es in der nächsten Folge hin? Nach Schwarzbach? Oder nach Bielen? Oder vielleicht beides? Ich schau mal. Schalten Sie auf jeden Fall ein, wenn es wieder heißt Hinterland die Reportage. So, und ich gucke jetzt erstmal, ob ich hier einen Bus kriege.